Der Blutadler ist eine ganz besondere Verstrafung. Sie ist denen vorbehalten, die die Götter in Ruhrwasser erzürnt haben. Der Verbothalter hat sich hinzuknähen und sein Rücken wird geöffnet und Messer und Dach gegen ein Ex. Seine Rücken wird vom Rückgrat abgetrennt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Der Blutadler hat sich hinzuknähen und seine Rücken vom Rückgrat abgetrennt. Der Blutadler hat sich hinzuknähen und seine Rücken wird geöffnet. Der Blutadler hat sich hinzuknähen und erinnert sich hinzuknähen. Der Blutadler hat sich hinzuknähen und erinnert sich hinzuknähen. Der Blutadler hat sich hinzuknähen und erinnert sich hinzuknähen und erinnert sich hinzuknähen und erinnert sich hinzuknähen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020